Anstoß für die Eintracht Chance zur Führung Super gemacht vom Torwart Nein, er kann diese Schuss nicht nutzen Den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern Stindl Der Torwart ist da, hechtet zum Ball Und bereinigt die Situation Das macht er hervorragend Das zeichnet einen Klasse-Kiefer Ecke kommt in die Mitte Da kommt der Schuss Und drin, von der Latte aus geht er da rein Schönes Zuspiel hier Sehr gut gemacht vom Torhüter Eckschluss also Mirjad Gacinovic Da ist er klasse rangekommen Ja, da war er zur Stelle Ist da gut hingehechtet Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt Nein, er kann diese Schuss nicht nutzen Den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen Da fehlt doch Sebastian Rohde Also das hätte doch mal Spannung in dieses Spiel gebracht So geht es erstmal weiter Auf Wiedersehen Bis dann Auf Wiedersehen Untertitelung des ZDF, 2020